Jetzt darf ich unseren nächsten Gast begrüßen. Sie war ja zu Hause im Mainstream, in den Talkshows, wie die alle heißen, beim Zentrum der Finsternis zum Beispiel, aber auch in anderen öffentlich-unrechtlichen, habe ich das jetzt gesagt? Also ihr wisst schon, was ich meine, Anstalten zu Hause und sie war ein gern gesehener Gast und plötzlich hatte sie die Idee, vielleicht müsste man zum Thema Frieden mal verhandeln, miteinander reden oder was. Dann war man offensichtlich der Meinung, das geht gar nicht und seitdem ist sie Teil der Bewegung, die einfach auch mal klare Worte spricht, die sich für Demokratie einsetzt, die sich für Frieden einsetzt. Ich hoffe, jemand holt sie jetzt aus dem Belgstech, die Frau Gero, wo ist sie? Ach, ja, sie sind ja da, okay, so weit drüben. Bitte, kommen Sie auf die Bühne, Frau Gero! Vielen Dank. Ich bin jetzt so berührt von diesem Empfang, dass ich das Gefühl habe, ich kann den Mund gar nicht mehr. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Friedensbewegter, liebe Menschheitsfamilie von wo auch immer ihr angereist seid. Eine Demo vor der Tür, ich will Hände schütteln, Pfiffe. Wenn wir den Frieden vor der eigenen Haustür nicht schaffen, können wir eigentlich nicht über den Frieden reden. Ich stehe also demütig vor Ihnen und weiß gar nicht genau, worüber ich reden soll, beziehungsweise warum ausgerechnet ich über etwas reden soll, was wohl niemand mehr versteht, nämlich wie wir als Gesellschaft, als Land, als Europa, als Welt so tief fallen konnten, in wenigen Jahren nur, nämlich in allergrößten Unfrieden, sozialen Unfrieden, Genderkrieg, polarisierte Öffentlichkeiten, Hassrede, zunehmende Gewalt im öffentlichen Raum und zunehmend restriktive Gesetze. Wer hätte das im Februar 2020 geahnt? Wenn Systeme kippen, kippen sie schnell und derzeit scheinen multidimensionale Krisendiskurse die Gesellschaften in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Aggression bricht sich ihre Bahn und obendrauf der Krieg, beziehungsweise die Kriege. Gestern Abend, als ich meinen Vortrag für heute noch einmal durchgehen wollte, habe ich kurz noch die Nachrichten gesehen, Bilder gegoogelt aus aller Welt über Israel und den Gazastreifen und dann konnte ich, Daniele, lange nicht schlafen. Auf Starlings sah man den Gazastreifen in Flammen, ein brennendes Inferno. Die israelische Bodenoffensive hat offenbar begonnen. Der Guardian hatte Satellitenbilder nach den ersten Raketeneinschlägen in Gaza und um hier keinen Zweifel zu lassen, der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober war abscheulich, so wie jeder Krieg abscheulich ist. Aber, wenn, wer nicht wir in Europa hat so leidvoll gelernt, dass die Tatsache, Opfer gewesen zu sein, nicht dazu berechtigt, zum Schlechter zu werden. So schreibt es Laurent Gaudet in seinem großartigen Epos L'Europe, un banquet des peuples, Europa, ein Bankett der Völker. Er beschreibt, dass es das europäische Erbe ist, dass wir alle zugleich schlechter und Opfer waren, woraus sich eben jener Auftrag ergibt, der zum Motto Europas über 70 Jahre wurde, nie wieder Krieg. Das ist die europäische Geschichte über Jahrzehnte von fehlenden Männern und Söhnen, von amputierten Arm und Beinen, von vergewaltigten Frauen, von zerstörten Häusern, von Flucht und Vertreibung, das im 20. Jahrhundert zu eben diesem Motto geführt hat, Europa, das ist nie wieder Krieg. Heute kann sich die EU, ich sage jetzt bewusst die erbärmliche EU, sich nicht einmal dazu durchringen, einen Waffenstillstand zu fordern. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal, denn er ist an Zynismus nicht zu überbieten. Die EU, Europa, kann sich nicht einmal dazu durchdringen, einen Waffenstillstand zu fordern. Nur eine kleine Feuerpause, damit wenigstens ein paar Hilfsgüter den Gazastreifen erreichen, wo früher 400 Lastwagen pro Tag über die Grenze kamen, das war der Kompromiss. Das europäische Stimmengewirr reicht vom französischen Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der die Hamas als Befreiungs- nicht als Terrorbewegung sehen möchte, über die spanische Sozialministerin, die Netanyahu vor dem Internationalen Strafgerichtshof sehen möchte, bis hin zu Österreich und vor allem Deutschland, die ohne Wenn und Aber, wie es geradezu blind und fanatisch aus den politischen Mündern und den deutschen Gazetten heißt, an der Seite Israels stehen wollen. Israels Sicherheit gegen palästinensische Menschenrechte, als wenn es darum ginge, eine Mannschaft gegen eine andere auf einem Fußballspiel zu befeuern. So drückte es die jüdisch-amerikanische Philosophin Susan Neymann aus, die mit 100 jüdischen Intellektuellen einen Aufruf unterschrieben hat, in dem gesagt wird, dass es in diesem Konflikt nur eine Seite geben könne, auf der man steht, auf der Seite der Menschenrechte. Das alles, ich meine jetzt die Bundesrepublik, kann nur in einem Land passieren, das seit längerem leider nicht mehr zwischen legitimer Kritik am Staat der Israel und Antisemitismus zu unterscheiden weiß, nachdem es schon das Verstehen, Stichwort Putin-Versteher, zum Kampfbegriff gemacht hat. So gesehen ist der schlimmste Krieg, den wir gerade führen und zwar überall auf allen Fronten nichts anderes als ein moderner Glaubenskrieg gegen den Intellekt und mithin ein Krieg gegen die Vernunft, mitten im aufgeklärten Europa. Europas Babel findet also das Wort Frieden nicht und verspielt damit seine Geschichte und seine Zukunft. Seine Zukunft als Hort der Zivilität, der Zivilität. Jene europäische Zivilität, die in Beethovens neunter Sinfonie, die als Europahymne gilt, in die Worte gefasst ist, alle Menschen werden Brüder. Denn was anderes als gesunden Menschenverstand braucht es, um zu verstehen, dass man auf einem kleinen, völlig übervölkerten Küstenstreifen im Wirrwarr von Tunnelsystemen und Geiselnahmen von Menschen, die als Schutzschilde genommen werden, eine terroristische Bewegung nicht durch einen chirurgischen Schlag eliminieren kann, ohne Millionen Menschen in den Tod zu ziehen. Das 1966 in den USA gegründete Center for Constitutional Rights hat am 18. Oktober 2023 einen Bericht vorgelegt mit dem Titel Israel's Unfolding Crime of Genocide to the Palestinian People. Israel. Im ersten Satz heißt es dort, it is plausible and credible case based on powerful factual evidence that Israel is attempting to commit, if not actively committing, the crime of genocide in the occupied palästinian territory and specifically against the pastillian people in the Gaza Strip. Israel, es gibt plausible Evidenzen dafür, dass Israel womöglich einen Genozid begehen wird gegen die Bevölkerung im Gaza-Streifen. Was anderes, eine amerikanische Stimme, ich zitiere aus einer amerikanischen NGO. Was anderes kann und soll und müsste Europa also tun, wenn es überhaupt eine Rolle in diesem Krieg spielen möchte, als vehement und mit lauter Stimme zu rufen, die Waffen nieder, wie damals 1916 Bertha von Suttner, die für diesen Satz den Friedensnobelpreis bekommen hat, ebenso wie die EU 2012. Die müsste ihn heute zurückgeben. Frieden ist der einzige Kampf, der es wert ist, geführt zu werden, so der von mir hochgeschätzte Albert Camus. Diese beiden weisen alten Männer auf dem Bild scheinen das verstanden zu haben. Umso mehr freue ich mich, heute an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen. Dank an die Veranstalter, Herrn Peter Schutter, an Erich Hambach, Dank an alle die, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Eine Konferenz, die fast schon ein Familientreffen ist, Menschheitsfamilie eben. Aber ich fühle mich auch überfordert. Denn was ist eigentlich zu sagen zur Situation, zu den Bildern, die uns umschwirren? Zu einer Welt außer Rand und Bann, in der wir uns offenbar befinden und wo man nur noch hoffen und beten kann, dass die atomare Eskalation der Dritte Weltkrieg noch verhindert werden können, wenn er nicht längst begonnen hat. Lichterkette und Schweigeminuten wären vielleicht besser als ein Vortrag. Und dennoch, eine Konferenz, die ein Zeichen des Friedens geben möchte, ist wichtig in diesen Zeiten, in denen der Kampf um den Frieden schwer geworden ist, nicht mehr selbstverständlich. In Zeiten, in denen diejenigen, von denen wir eigentlich erwarten würden, dass sie Frontkämpfer im Kampf um den Frieden sind, allen voran die Kirchen und die Gewerkschaften genau das nämlich nicht mehr sind und stattdessen aus Solidarität für die eine Seite Fahnen hissen, vorzugsweise die ukrainische oder die israelische, anstatt die Fahne der Friedenstaube. Wenn sie, wie die evangelische Kirche, nicht gleich für Waffenlieferungen plakatieren. Das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche zivilisatorische Bruch, dass Europa nicht einmal mehr zu einer starken Friedensbewegung fähig ist. Damit meine ich nicht Sie hier im Saal, aber damit meine ich die Tatsache, dass das hier nicht im ZDF ausgestrahlt wird. Es sind nicht nur die Grünen, die gerade ihr Erbe verraten. Es ist ganz Europa, das sein historisches Erbe verrät. Europa hat aufgehört, Europa zu sein. Und das ist das größte Problem. Und wir haben es noch nicht einmal bemerkt, wir trauern nicht. Europa aber wird gebraucht und zwar genau das für das, was es ist. Ein Friedensprojekt. Das ist unsere Rolle in der Welt. Das Thema, sorry, wenn ich jetzt nüchtern werde und den Ton verwechselt, das Thema, das mir für heute gegeben wurde, ist nicht leicht. Es lautet Frieden durch Demokratie. Und diese Betrachtung führt zunächst weg von den aktuellen Konflikten. Frieden durch Demokratie, das erscheint so einfach. Es müssten also alle Staaten auf der Erde Demokratien werden und dann herrscht Frieden. Es ist aber, wie ich in den nächsten 40 Minuten ausführen möchte, doch etwas komplizierter. Ist Demokratie die Voraussetzung, ja, die alleinige Bedingung für Frieden? Meine Antwort, um das vorwegzunehmen, ist nein. Auch wenn das vielleicht nicht die Antwort ist, die Sie erwarten. Doch Frieden entsteht nicht oder nicht automatisch durch Demokratie. Zumindest dann nicht, wenn diese Demokratien kapitalistischen Logiken unterworfen sind, beziehungsweise die Politiker und Verantwortlichen und die öffentlichen Güter dieser Demokratien in die Gesetzmäßigkeiten von Profitorientierung, Gewinnmaximierung und des Wachstums verstrickt sind. Wenn sie ständig steigende, wenn diese Demokratien ständig steigende Begehrlichkeiten ihrer Bürger erfüllen oder zumindest Besitzstände aufrechterhalten müssen, weil sie wiedergewählt werden wollen. Abgesehen davon, dass heutzutage niemand mehr so richtig weiß, was eine Demokratie eigentlich ist, beziehungsweise viele das Gefühl haben, dass sie zwar formal in einer Demokratie leben, die aber eigentlich keine mehr ist. Welche Demokratie also überhaupt welchen Frieden hervorbringen kann, wäre eine weitere schwierige Frage. Doch der Reihe nach. Tatsächlich gibt es in der Politikwissenschaft die Theorie, dass Demokratien keine Kriege führen, zumindest nicht untereinander. Aus dieser Theorie ergibt sich dann die Schlussfolgerung, dass es umso mehr Frieden auf Erden gibt, wie die Zahl der Demokratien unter den Staaten steigt, die Steigerung der Zahl der Demokratien weltweit also der Weg zum ewigen Frieden ist, um hier Immanuel Kant zu bemühen, auf den ich später noch zu sprechen kommen werde. Konsequenterweise haben sich führende Thinktanks und Denkfabriken, wie etwa Freedom House, die Förderung von Demokratien weltweit zur Aufgabe gemacht. Freedom House ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Washington, deren Ziel es ist, liberale Demokratien weltweit zu fördern, um den Frieden zu fördern. Jedes Jahr veröffentlicht Freedom House einen Bericht, in dem gezählt wird, ob die Zahl der Demokratien in der Welt gestiegen oder gesunken ist. Freedom House is founded on the core conviction that the freedom flourishes in democratic nations where governments are accountable to their people. Auf einer recht schlichten Karte werden Länder eingeteilt in not free, partly free und free, also in frei, bisschen frei oder halb frei und frei und zwar entlang von ausschließlich formalen Kriterien, wie etwa Regierungsform, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte, also entlang signifikanter Kriterien, die ein Land gemeinhin zur Demokratie machen. Dieser Theorie entsprechend, Demokratien führen keine Kriege, hat sich die internationale Staatengemeinschaft vor rund 20 Jahren aufgemacht, um mit dem Stichwort Democracy Promotion genau das zu tun, nämlich Demokratien weltweit zu fördern. Die zentrale Frage aber ist, ob es reicht oder überhaupt möglich ist, eine Demokratie ausschließlich an formalen Kriterien festzumachen oder ob es geht, soziale und ökonomische Kriterien für ein das Funktionieren der Demokratie und das friedliche Zusammenhalt, Zusammenleben einer Gesellschaft völlig auszuklammern. Also Kriterien wie etwa Armutsgefälle, Arbeitslosigkeit, Kindersterblichkeit, Bildung, Gesundheitssystem, Mobilität, Lebenserwartung, freie Berufswahl. Denn die Frage ist natürlich, ob ein Land eine Demokratie ist, wenn zwar formal Wahlen abgehalten werden oder die Gerichte unabhängig sind, dieses Land die basischen Bedürfnisse seiner Bevölkerung aber nicht erfüllen kann. Nahrung, Bildung, Gesundheit zum Beispiel. Oder umgekehrt, ob es überhaupt wichtig ist, dass ein Land eine Demokratie ist, wenn das Land die basischen Bedürfnisse einer Gesellschaft erfüllen und ein friedliches Zusammenleben ermöglichen kann, auch wenn es keine formale Demokratie ist. Es scheint, als ob Frieden, Demokratie und Freiheit in einem Spannungsverhältnis stehen, das jedenfalls komplexer ist als die Gleichung, Demokratie bedeutet Frieden. Zumindest, wenn man Demokratie nicht nur auf formale Kriterien beschränken will und wenn man Frieden anders definiert als die Abwesenheit von Krieg. Sozialer Unfriede ist auch eine Form von Gewalt, nämlich strukturelle Gewalt, die oft zum Krieg führt. Sozialer Unfriede aber kommt in den besten Demokratien vor. Um zu veranschaulichen, wie die Bemühungen der Democracy Promotion, also der Demokratieförderung der internationalen Staatengemeinschaft im Einzelnen aussahen, möchte ich auf das Buch von John Keane, Life and Death of Democracy verweisen, der zum Beispiel mit Blick auf Afghanistan unter Karzai anschaulich beschreibt, wie 2009 formal freie Wahlen abgehalten wurden, die von der internationalen Staatengemeinschaft monitort und gefeiert wurden, die aber eine reine Inszenierung blieben und mit Demokratie so gut wie nichts zu tun hatten. Keane beschreibt zum Beispiel, wie analphabetische Frauen aus dem afghanischen Hochland zur Wahlurne gebracht, ihnen mit einem Foto von Karzai vor der Nase herumgewedelt wurde, sie dann ein Stempelkissen bekamen, um mit ihrem Daumen oder Zeigefinger einen Fingerabdruck zu machen, natürlich neben dem Foto von Karzai, und dann ein warmes Essen bekamen. Diese Frauen, so John Keane, haben nicht einmal verstanden, was sie tun. Formal aber war an diesem Wahlakt nichts auszusetzen. Die Wahlen waren frei und demokratisch. Die Wahlbeobachter waren sehr zufrieden, die internationale Staatengemeinschaft konnte sich rühmen, Afghanistan demokratisiert zu haben. Ob diese formale Demokratie, de facto eine westliche Hybris und mehr gedacht für die eigenen Fernsehbildschirme als für die Menschen in Afghanistan, die afghanische Gesellschaft wirklich befriedigt hat, mag man bestreiten. Wie diese Demokratisierung und Friedenssicherung ausgegangen ist, war dann jedenfalls im September 2021 auf den Fernsehschirmen zu beobachten, als die Truppen der internationalen Staatengemeinschaft überstürzt Kabul verlassen haben. Dass seither in Afghanistan kein Frieden herrscht und die Menschenrechte, vor allem die von Frauen und Mädchen, mit Füßen getreten werden, interessiert niemanden mehr. Im Nahen Osten sah es nicht besser aus. Die dortige US-Politik der sogenannten Democracy Promotion, seit George W. Bush Jr., euphemistisch auch gerne mit State Building oder Nation Building umschrieben, mit der 2003 erst der Irak demokratisiert und von Saddam Hussein als Diktator befreit werden sollte und die dann über zehn Jahre völlig konzeptlos den Nahen Osten überzogen hat, ist nicht nur die Negation ihrer selbst, sondern der blanke Hohn. Weder wurde der Nahe Osten demokratisiert noch befriedet. Stattdessen wurde er geschröpft, mit Krieg und Bürgerkrieg überzogen, gesellschaftliche Strukturen wurden zerschlagen. Der Nahe und Mittlere Osten wurde in ein latentes Pulverfass verwandelt, das genau heute zu explodieren droht. Von Democracy Promotion, geschweige denn von Frieden, kann also keine Rede sein. Ich will das hier nicht vertiefen. Ich will das hier nicht vertiefen. Die zentrale Frage, die ich mit diesem Beispiel aufwerfen wollte, ist, ob formale Kriterien für die Feststellung, dass ein Land eine Demokratie ist, genügen und ein Land mit ihnen automatisch friedlich ist, wenn es diese Kriterien erfüllt. Wir haben gesehen, dass die Antwort schlichtweg nein ist. Kurz, Demokratien scheitern nicht an formalen Kriterien, sondern meist an der sozialen Frage. Auch mitten in Europa scheitert der Frieden an der sozialen Frage. Der Innere zuerst, dann der Äußere. Nächstes. Das war übrigens auch in Europa während der Französischen Revolution nicht anders. Diese scheiterte im Nachgang 1789 und der ersten verfassungsgebenden Versammlung nicht etwa daran, dass zunächst der Dritte stand und dann alle Bürger Mitsprache bekamen. Formal machte die Französische Revolution unter Danton aus untertanen Bürger und der erste Satz der allgemeinen Menschenrechtserklärung wurde verkündet, der da lautet, alle Menschen sind geboren frei und gleich an Würde und Rechten. Wir werden auf diesen Satz zurückkommen und darauf, was er für das heutige weltweite Friedensprojekt bedeutet. Nein, die Französische Revolution scheiterte, wie Hannah Arendt in ihrem großartigen Buch über die Revolution analysiert, daran, dass die Revolution die soziale Frage in Frankreich nicht lösen konnte. Das Demokratieversprechen von 1789 konnte das soziale Versprechen, damals hieß das, keinen Hunger zu haben, nicht einlösen, weswegen die Revolution unter Robespierre zur Guillotine griff. La République, la Monarchie, je ne connais que la question sociale, verkündete Robespierre. Die Republik, die Monarchie, ich kenne nur die soziale Frage. Übrigens im Gegensatz zu den USA, wo die Revolution 1776 glückte, weil die USA genau das konnten, nämlich nicht nur eine demokratische Verfassung verabschieden, sondern den wirtschaftlichen Aufstieg oder doch zumindest die Zufriedenheit der amerikanischen Bürger sicherzustellen. Und zwar warum? Weil die USA viel Land für seine Siedler und weil sie Sklaven hatten. Letzteres Land und Sklaven, nicht Demokratie, waren die Erfolgskriterien für eine erfolgreiche Revolution und Frieden in den USA nach 1776. Die Freiheit des Volkes besteht darin, dass es von Gesetzen regiert wird, die ihm Leben und Eigentum garantieren. Es besteht nicht aus der Teilhabe an der Regierung. So sagte es Karl I. von England noch auf dem Schafott. Wenn aber, wie gesehen, formale Kriterien für die Demokratie und mithin für die Schaffung von Frieden nicht aussagekräftig sind, dann muss man sich vielleicht von der Theorie oder der Annahme, dass Demokratie allein Frieden schafft, verabschieden und vielleicht anders über Frieden nachdenken. Wenn es so wäre, wie auf der Karte von Freedom House dargestellt, dass alle freien und demokratischen Staaten friedfertig sind, dann müssten vor allem voran die USA das friedfertigste Land der Welt sein. Ich erspare mir den Diskurs über die Verbiegung im aktuellen Wissenschaftssystem. Ja, es ist nämlich alles sehr wissenschaftlich, was Freedom House da macht. Aber es ist ein anderes Thema. Während umgekehrt diejenigen Länder auf der Karte von Freedom House, die als not free gelten, zum Beispiel China, laut der Theorie Kriegstreiber sein müssten, es aber empirisch nicht sind. Die These, Demokratien schaffen Frieden, lässt sich also empirisch nicht erherben. Von den über 500 regionalen Kriegen weltweit nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren die USA in über 80 Prozent dieser Kriege verwickelt oder gar ihr Auslöser. Die Sowjetunion bzw. Russland war vergleichsweise in viel weniger regionale Kriege verwickelt und China seit 1945 als vermeintlich durch und durch autoritäres Land war in gar keinen Krieg verwickelt, zumindest in keinen heißen militärischen Konflikt. Der empirische Befund scheint also, konträr zur Theorie, eher zu sein, dass Demokratien, allen voran die USA, fast permanent Kriege führen, während nicht-demokratische Staaten oder in unseren Augen nicht-demokratische Staaten, Russland oder China, wenige oder keine Kriege führen. Alles, meine Damen und Herren, was Daniele Ganser Ihnen eben erzählt hat, zu der Dominanz und globalen Hegeonomie der USA führt zu diesem Punkt. Und dieser Punkt ist, dass niemand, aber auch niemand Europa einreden sollte, nicht mit den BRICS-Staaten zusammenzuarbeiten, nur weil sie in unseren Definitionen keine Demokratien sind. Im Gegenteil ist die Welt an einem Punkt, wo es von entscheidender Bedeutung sein wird, ob Europa sich von den USA emanzipiert, souverän wird, ein unabhängiger Friedenspol wird und Bestandteil einer gleichberechtigten, multipolaren Welt, die genau die USA zu verhindern sucht. Die Frage ist also, ob wir als Europäer die Hände in die anderen Weltregionen ausstrecken als Europa. Ob wir sagen, dass wir friedwertig sind, eine friedliche Welt mitgestalten wollen. Ob wir das laut sagen, dass unsere Interessen nicht mit denen der USA kongruent sind. Laut sagen und zwar jetzt. Wenn Sie das interessiert, ich habe dazu mit Hauke Ritz gerade eine kleine Denkschrift herausgegeben. 20 Jahre europäische Verfassung, wie weiter mit Europa. In dieser Denkschrift erinnere ich daran, was Europa einmal werden wollte und frage, wie es mit Europa weitergeht. Und das Interessante ist, dass das hier natürlich in keiner Zeitung diskutiert wurde, ich aber schon drei Interviews in Teheran gegeben habe. Also nicht in Teheran, aber mit Journalisten in Teheran. Womit auch gesagt ist, dass die Welt auf Europa guckt. Warum sollte sonst ein kleiner Text von einer relativ unbedeutenden Politikwissenschaftlerin in Teheran perzipiert werden? Denn es ist wichtig zu verstehen, dass kein europäisches Land alleine aus diesen Strukturen herauskommt, alleine in die multipolare Welt kommt. Das schaffen wir nur gemeinsam als Europäer. Nicht mit der EU, aber gemeinsam als Europa. Und hier verbindet sich die Arbeit von Daniele mit meiner. Wir haben viel zu tun. Europa muss neu erfunden werden. Und das geht, Daniele, nicht nur mit Achtsamkeit. Sondern wir brauchen auch Macht, um die Dinge anders zu machen. Die meisten Leute vergessen ja, dass man Macht nicht nur missbrauchen, sondern auch gebrauchen kann. Also ich bin totaler Fan von Macht. Um den für den Westen unschönen Befund der eigenen Kriegsführung zu verschleiern, wird oft rein semantisch, wenn es um die USA oder die NATO geht, auch nicht von Krieg gesprochen, sondern etwa von Einmarsch, Irak, einer humanitären Mission, Libyen oder einem Militäreinsatz, Afghanistan. Interessanterweise wird diese Sprachregelung dann von den Medien eingehalten, während die Kriege der anderen selbstverständlich auch als solche benannt werden. Zum Beispiel der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg vom Februar 2022 auf die Ukraine. Gestern war in den Nachdenkseiten ein Artikel, in dem berichtet wurde, es gäbe ein 42-seitiges Papier im ZDF, mit welchem Framing man über Israel, Palästina als Journalist zu berichten habe. Wichtig, die Israelis führen nur Schläge zu ihrer Verteidigung, die Palästinenser aber führen Krieg. Die einen machen also Missionen oder verteidigen sich, nur die anderen führen Kriege. Wie lange wollen wir uns diese Hybris noch vormachen? Eine ebenso interessante Verschleierungstaktik derjenigen, die Kriege führen, ohne sie als solche zu benennen, sind sublimierte Änderungen im Völkerrecht. Einst gab es ein Right of No Interference, also ein Recht auf Nicht-Einmischung. Im Zuge des Irakkrieges, den man irgendwie legitimieren musste, sodass es kein Krieg mehr ist, sondern nur ein Einmarsch, wurde 2003 daraus die sogenannte Responsibility to Protect, also die Verantwortung zu schützen. Und heute, wo sich zum Beispiel Russland 2022 mit Blick auf die russischen Minderheiten im Donbass zumindest theoretisch auf das Völkerrecht, also auf die Beistandsklausel nach Artikel 51 der UN-Charta, hätte berufen können, wird auf einmal nicht mehr vom Völkerrecht gesprochen, dafür aber sehr viel von einer Rule-Based Order, einer regelbasierten Ordnung. Diese regelbasierte Ordnung ist aber lediglich die vermeintliche Werteordnung des Westens, durch die die Kriege des Westens legitimiert, die Kriege anderer aber delegitimiert werden können, um es etwas unterkomplex zu formulieren. Die einen machen also Missionen, die anderen führen Krieg. Genauer, wir machen Missionen, nur andere führen Krieg, denn wir sind ja bekanntlich immer die Guten. Eigentlich müsste man die These aufstellen, dass diejenigen Staaten, die, ich sage das ganz wertfrei, offenbar in der Lage sind, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung entweder zu regulieren oder auch zu unterdrücken und die deswegen in unseren Augen autoritär sind, keine Kriege brauchen beziehungsweise führen, weil sie nicht von Wahlen abhängen und darum die Bedürfnisbefriedigungen ihrer Bevölkerung auch nicht durch Kriege sicherstellen müssen. Während diejenigen Staaten, die formal Demokratien sind, die sich aber in kapitalistischen Abhängigkeitsstrukturen, Produktivität, Wachstum bewegen, genau das müssen. Nämlich eine permanente Wertschöpfung beziehungsweise Wachstum generieren, damit etwas verteilt werden und die Wahlen gewonnen werden können. Man könnte noch zugespitzter die These aufstellen, dass Demokratien gerade keinen Frieden schaffen, sondern im Gegenteil Krieg brauchen. Zwar nicht untereinander, aber mit schwächeren oder eben formal nicht-demokratischen Staaten, um ihre Ressourcen zu sichern. Kurz, man unterdrückt entweder die eigene Bevölkerung oder man kann zumindest ihre Bedürfnisse regulieren, dann braucht man keine äußeren Kriege. Oder man muss permanent die soziale Krise im eigenen Land verhindern, den eigenen Bürgern stets Wachstum und Prosperität bieten, dann braucht man äußere Kriege. Im Zweifelsfall gern getarnt als Handelskrieg. Dann unterdrückt man zwar nicht die eigene Bevölkerung, aber andere Bevölkerung. Demokratien schaffen also keinen Frieden, sondern verursachen Krieg. Könnten wir im Westen mit diesem Satz legen? Eigentlich müsste dieser Satz uns beschämen. Nächster Chart. Immerhin stammt der Satz Handelskrieg ist Krieg von dem französischen Wirtschaftsminister Melon unter König Ludwig XIV. aus der Zeit der Regence. Er ist also schon etwas älter. Auch das spricht dafür, dass Demokratie kein Kriterium für Frieden ist. Egal ob Ludwig XIV. oder die 5. französische Republik, eine moderne Demokratie, Handelskriege haben sowohl das feudale beziehungsweise monarchistische ebenso wie das demokratische Frankreich geführt. Und es führt sie auch heute noch ganz aktuell, etwa in Mali oder in Niger, wo es nicht nur um Ressourcen, zum Beispiel seltene Erden, sondern um die Aufrechterhaltung des Franz CFA, des französischen Franz in Afrika geht, der in Paris geschöpft wird, weswegen Frankreich zum Beispiel an Gold- oder Kupferminen in den CFA-Staaten rund 50% wert mitschöpft. Und was für Frankreich galt und gilt, gilt ebenso für Belgien, die Niederlande und die meisten europäischen Staaten, die um 1918 zwar von einer Krone zur Demokratie oder immerhin zu einer konstitutionellen Monarchie gewechselt haben, aber auch die britische Eroberung und Ausbeutung Indiens ist relativ unabhängig von der Frage, wie demokratisch oder konstitutionell die britische Krone war. Das Commonwealth ging immer weiter. Im 18. Jahrhundert wurde dafür am französischen Hof der Begriff Le Commerce Du, der sanfte Handel, geprägt, der ganz und gar nicht sanft war, sondern im Grunde ein Euphemismus dafür, dass fernab in den Kolonien der Handel beziehungsweise generell Produktion und Geschäft eben nicht mehr den gleichen Regeln unterworfen sein müssen, wie an heimischen Orten auf dem Marktplatz, wo im 18. oder 19. Jahrhundert tatsächlich noch überprüft wurde, ob die Wagen geeicht waren. Etwas, was man ein Jahrhundert später Marktordnungspolitik genannt hat. Was des Königs Commerce Du war, wird heute gemeinhin Lieferkettengesetz genannt. Ein Gesetz, durch das zumindest das schlechte Gewissen durchschimmert, das auf den heutigen Plantagen oder in den Textilfabriken in Bangladesch und überall dort, wo niemand hinschaut, zum Beispiel mit Blick auf Kinderarbeit, möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugeht, was dann als T-Shirt bei H&M hier auf den fairen Markt kommt. Denn dass der Markt von alleine alles regelt, ist wohl die größte Legende überhaupt. Kurz, das eigene Land unterdrücken, andere Länder mit Kriegen überziehen oder die Natur ausbeuten sind die drei Varianten moderner Kriegsführung und alle drei Schaden der Idee des ewigen Friedens. Jeder und jedes Land, das mehr nimmt als er oder es braucht, nimmt es auf Kosten anderer und ist mithin unfriedlich. Schaut man sich die kolossale Überschuldung und mithin die Importabhängigkeit der USA vom Rest der Welt an, dann könnte man anhand dieser Handelsungleichgewichte auch feststellen, dass die USA, aber eigentlich der gesamte Westen, sich besonders viel mehr nehmen, als sie brauchen, beziehungsweise mehr, als die Erde hergibt. Die meisten deswegen ihren Earth Day schon im April des jeweiligen Jahres haben und daher eher unfriedlich sind. Fabian Scheidler hat das in seinem Buch und Bestseller Das Ende der Megamaschine über 500 Jahre wunderbar aufgeschrieben. Der Untertitel lautet Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Und diese Zivilisation sind wir, die Menschheit, angeführt vom Westen. Ich denke, ich muss hier nicht umfangreiche Zahlen, Facts and Fingers ausbreiten, um die Ausbeutung der Welt durch den sogenannten Westen zu dokumentieren, allen voran die USA und die EU. Wer Frieden wünscht in Europa und anderswo, der muss diese Ausbeutungsstrukturen beenden und über Fluchtursachen sprechen, anstatt über die Erleichterung von Abschieberegelungen. Nächster Chart. Scheidler ist nicht der Erste, der dies konstatiert, also die strukturelle Unvereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus, die notwendigerweise in den Handelskrieg, Bürgerkrieg oder geoffenen Krieg führt. Hannah Arendt stellt in ihrem großartigen Essay »Die Freiheit, frei zu sein« aus den 1950er Jahren wahrscheinlich bewusst nicht die Frage von Freedom House, nämlich wie man die Zahl der Demokratien erhöhen könne, in der falschen Annahme, man könne damit den Frieden sichern, sondern sie formuliert als Aufgabe für die Politik im 21. Jahrhundert die Frage, kann es eine Ordnung geben, in der alle ohne Zwang, also Herrschaft, und ohne Not sind. Ob diese Ordnung formal eine Demokratie ist, ist für Hannah Arendt nicht die oberste Frage. Und ich persönlich finde das interessant. Arendt leitet ihre Frage aus dem nach wie vor bestehenden Auftrag der Erklärung der Menschenrechte von 1789 ab, alle Menschen sind geboren frei und gleich an Würde und Rechten, der 1949, also 160 Jahre später, immerhin in die UN-Charta überführt werden konnte. Sie sagt, es sollte so sein, aber es stimmt nicht. Es sind nicht alle Menschen geboren frei und gleich an Würde und Recht. Darum ist es nach wie vor der Auftrag der Politik, sie durch das Recht dazu zu machen. Jede Rechtsetzung überall auf der Welt muss diesen Auftrag zum Ziel haben. Erst dann kann die Welt friedfertig sein. Das wiederum deckt sich mit dem, was Immanuel Kant schon 1791 im ewigen Frieden zu Papier brachte. Laut Kant müssten sich diejenigen Staaten zu einem immer größeren Bund zusammentun und ein für alle Mal beschließen, nicht mehr gegeneinander in den Krieg zu ziehen und schon gar nicht für Ressourcen, was die Aufgabe des Völkerrechts ist oder sein sollte, das Völkerrecht bisher aber noch nicht geschafft hat. Mehr als 200 Jahre nach Kant sind wir hier nicht viel weiter und haben das Erbe von Jean-Jacques Rousseau, der als republikanischer Denker Kant immens beeinflusst hat, immer noch nicht verstanden. Rousseau, der da formulierte, so begann das bürgerliche Leben mit einem, der einen Zaun um sein Land zog, wo doch die Früchte der Erde allen, die Erde aber niemandem gehört. Oder wir haben es verstanden, aber vermögen es politisch noch nicht umzusetzen. Wenn das aber der Weg zu einer Ordnung... Sie dürfen nicht mehr so viel klatschen, ich muss mich nämlich beeilen. Wenn das aber den Weg zu einer Ordnung ohne Zwang und ohne Not für alle vorzeichnet, dann ist möglicherweise die Frage nach der Demokratie als Voraussetzung oder Mittel für den Frieden falsch gestellt. Zumindest, wenn diese Demokratie nur an formalen Kriterien festgemacht wird. Folgt man dieser Argumentation, dann ist bis hierhin zumindest klar geworden, dass man den Titel des heutigen Vortrages, Frieden durch Demokratie, den mir vorgegeben wurde, ändern müsste, etwa in Frieden durch Weltrepublik im Kantschen Sinn. Die These wäre dann, dass eine kapitalistische Ordnung mit dauerhaftem Weltfrieden strukturell unvereinbar ist. Anders formuliert, dass eine kapitalistische Ordnung den von Hannah Arendt erwünschten Zustand der Welt, in dem alle ohne Zwang und Not sind, nicht hervorbringen kann. Und eine kapitalistische Welt damit auch nicht dauerhaft friedlich sein kann, ganz egal, wie viele Demokratien formal existieren. Welt teilen, so lautet stattdessen die Antwort der feministischen Psychoanalytikerin Lise Irigaray, einer Belgierin, die ausgehend von Geschlechterverhältnissen formuliert, wir lebten in der Illusion, vor allem wir im Westen, unsere Welt sei die einzig mögliche und gültige Welt. Stattdessen geht es vor allem darum, dass wir lernen, die Welt zu teilen. Nächster Chart, noch ungefähr zwei Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Menschheitsfamilie, die Zeit drängt, ich komme zum Abschluss, die Zeit reicht nicht, um auf den Zusammenhang von staatlicher Geldschöpfung und Krisen einzugehen, den Zusammenhang von staatlichem Steuermonopol zur Finanzierung von Kriegen. Aber auch dieser Zusammenhang verweist auf den Zusammenhang von Geld und kapitalistischem System und Kriegen. Das Kapital macht den Krieg und die Demokratie allein garantiert noch keinen Frieden, solange die Demokratie dem Kapital ausgeliefert ist. Wenn die Börse Krieg ruft, wie Karl Kraus eins schrieb, dann rufen die Medien Krieg und dann macht die Politik Krieg, ganz egal, was Demokraten oder Bürger dazu sagen. Für das Kapital, so wusste schon Karl Liebknecht, sind Krieg und Frieden nur ein Geschäft, also Business, nichts als Business. Die Demokratie ist mithin nicht der Befürworter des Friedens, wie wir allzu leicht und allzu gerne glauben, sondern eher der Türöffner für das Kapital, das den Krieg unabhängig von der Mitsprache der Bürger anzettelt und die zugehörigen Legitimationsdiskurse dazu einfach erfindet. Bürger würden nämlich, so wusste schon Immanuel Kant, selbst nie über einen Krieg entscheiden, sondern immer nur die Herrschenden, eben weil sie an ihm verdienen, während die Bürger an ihm nur verlieren können. Lassen wir zum Abschluss Kant sprechen, nächster Chart. Wenn, wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann, die Bestimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist nichts natürlicher als das, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selber beschließen müssten, die Kosten des Krieges aus ihrer Habe herzugeben, die Verwüstungen, die er lässt, kümmerlich zu verbessern, zum Übermaße des Übels endlich noch eine den Frieden selbst verbittende, wegen immer neuer Krise, sie, diese Bürger, sich sehr bedenken würden, so ein schlimmes Spiel anzufangen. Dahingehend in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, die also nicht republikanisch ist, so ist die unbedenklichste Sache von der Welt, weil das überhaupt nicht Staatsgenosse ist, sondern Staatseigentümer, an seinen Tafeln Jagden, Lustschlössern, Hoffesten und dergleichen, durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art Lustpartie auf die unbedeutendsten Ursachen zu beschließen und der Anständigkeit wegen dem allzu bereitfertigen diplomatischen Chor die Rechtfertigung desselben gleichgültig zu beschließen. Die Pharisäer in ihrer postponären Inkarnation, etwa Agnes Strack-Zimmermann, die auch heute in unseren ach so fortschrittlichen Demokratien wieder unendliche Gründe finden, den Krieg zu rechtfertigen und zu verlängern, schreckliche Bilder aus Mariupol oder Butcher, unbedingte Solidarität mit Werdomir Segenzi, egal wie undemokratisch oder grabrutto-faschistisch die Ukraine ist oder Solidarität ohne Wenn und Aber mit dem Staat der Israel, egal was zuvor im luftleeren Raum passiert ist, alle diese Pharisäer sind auch heute wieder da. Die Aufgabe von Europa ist es also, sein ganzes historisches Gewicht auf die Waagschale zu legen, um auf beiden Kriegsschauplätzen für sofortigen Waffenstillstand zu sorgen und eine Shuttle-Diplomatie für Friedensverhandlungen zu beginnen, denn allein die Verknüpfung und Beziehungen der Akteure der heutigen Kriege deuten darauf hin, dass beide Kriege zusammengenommen das Risiko bergen, einen dritten Weltkrieg zu entflammen, der dann zum dritten Mal von europäischem Boden ausginge. Denn dass beide Kriege, europäische Kriege sind, europäische Traumata, geronnene europäische Geschichte, dass sie untrennbar mit Europa dem, was es war und dem, was es ist, zusammenhängen, das kann wohl niemand beschreiten. Kurz, an der Position, die Europa zu diesen beiden Kriegen einnimmt, wird sich die Zukunft Europas erweisen und es wird sich erweisen, ob Europa überhaupt eine Zukunft hat, ob es seine Traumata überwindet, daraus eine Gestaltung schöpft, souverän wird und sich emanzipiert. Die Welt wird Europa dabei beobachten. Diese europäische Position kann in beiden Kriegen nur die einer Befriedung und Neutralität sein, getragen von der Ambition, dass Europa jetzt mitwirkt, an der Schaffung einer gleichberechtigten, multipolaren Welt, anstatt sich von den USA spalten und dominieren zu lassen, dass Europa jetzt an seine Geschichte und seine Zukunft denkt, an sein Erbe und an seinen Auftrag. Und diese europäische Zukunft kann nur Bestand haben, wenn Europa sich darauf besinnt, was es ist und was der Zweck seiner Geschichte ist. Frieden. Wenn Europa also in der Geschichte den Baustein für seine Zukunft wiederfinden kann. Jenseits dieser unmittelbaren großen Aufbau hat vor allen Dingen Europa die herausfordernde Aufgabe, den Satz von Hannah Arendt endlich ernst zu nehmen und Konzepte und Politiken in die Wege zu bringen, die im 21. Jahrhundert dazu führen mögen, dass möglichst alle frei von Zwang, Herrschaft und von Not sind, um eine dauerhaft friedliche Welt zu ermöglichen. Es wäre schön, wenn immer mehr Menschen der Menschheitsfamilie erkennen würden, dass Frieden nur vordergründig etwas mit Demokratie zu tun hat, eigentlich aber mit Teilen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Sorry, sorry. Applaus Applaus